Zu beschreiben, bleibt die Beschreibung immer lückenhaft, metaphorisch, unvollständig. Mit anderen Worten, nichts, was wir auf diesem Foto von den Menschen an diesem Tisch sehen, kann das Geschmackserlebnis ersetzen. Dieses Bild sagt nichts über die sinnliche Erfahrung, den kulinarischen Genuss. Es ist unmöglich, den Geschmack des Ortolans zu beschreiben. Man kann ihn nur am eigenen Leib erfahren. Aber ist nicht das Ritual selbst Teil dieses Genusses, zumal es sich hier um eine Bruderschaft handelt? Ja, sie sind Brüder. Ja, aber eine Art Familie. Das ist nur ein Aspekt. Hinzu kommt der Geruchssinn. Der hat hier entscheidende Bedeutung. Aber auch die Konsistenz, die Temperatur und der Ort sind wichtige Faktoren. Das Interessante ist, dass bestimmte Aspekte, die einst eher nebensächlich waren, im Laufe der Geschichte immer mehr in den Vordergrund gerückt sind. Die UNESCO hat ja die französische Küche jüngst zum immateriellen Weltkulturerbe erklärt. Dabei geht es nicht in erster Linie um Aromen, Soßen oder die Garnitur, sondern es geht vielmehr um die französische Küche als Zusammenkunft von Menschen, die gewissermaßen die weltliche Variante des letzten Abendmahls zelebrieren. Das heißt, was wir als Miteinander feiern, ist in Wahrheit nur eine Ansammlung individuellen, unteilbaren Glücks. Aber vielleicht, was Sie über das Essen sagen, gilt ja eigentlich auch für den Sex. Sie erklären, zu zweit Liebe zu machen? Wobei das schwieriger ist. Nein, weil beim Essen zur Liebe und zum Sex gehören immer zwei. Das hat auch Lacan gesagt. Ja, richtig. Vielleicht geht es genau darum. Im Moment des Teilens vergemeinschaften wir etwas, das sich eigentlich gar nicht vergemeinschaften lässt. Der Grund unseres Zusammenkommens ist genau das, was uns vereint und gleichzeitig trennt, weil man ja mit dem anderen niemals wirklich eins von ihm, niemals ganz und gar verstanden werden kann. Denken wir doch einmal an Ihre Eingangsdefinition. Wenn man etwas isst, beraubt man jemand anderen dieser Nahrung. Man teilt eben nicht. Man teilt nicht. Das ist ja schon rein körperlich gar nicht möglich. Allerdings kann man natürlich unterstellen, dass ein anderer die Genusserfahrung, die ich mache, auch macht, wenn er in einer ähnlichen Situation das Gleiche ist. In einer vergleichbaren, man weiß es nicht. Aber was ist dann mit dem Geschmack? Im Sinne von ästhetischem Geschmack. Einen Sonnenuntergang zum Beispiel findet ja wahrscheinlich jeder schön. Man kann sagen, das ist schön, ohne dass es gleich eine geschmackliche Wertung ist, beziehungsweise, ohne dass man Gefahr läuft, ein individuelles Gefühl zu verallgemeinern. Ich selbst habe noch nie einen Ottolan gegessen, aber vielleicht ist er einfach, ganz objektiv, so köstlich, dass dem jeder uneingeschränkt zustimmen würde. Vegetarier natürlich ausgenommen. Was ich sagen will, gibt es so etwas wie einen universellen Geschmack jenseits der unteilbaren, subjektiven Erfahrung, die der Einzelne macht? Das ist eine der großen Fragen, die unter anderem David Hume aufgeworfen hat. Ja. In Über die Regeln des Geschmacks. Auf ihn wollte ich hinaus. Hume hat sich gefragt, ob es hinter all den verschiedenen Geschmäckern so etwas wie einen geschmacklichen Konsens geben kann. Gibt es eine allgemeingültige Wahrheit? Die Antwort auf diese Frage? Hume verweist auf Homer. Dass er seit 2000 Jahren gelesen wird, kann kein Zufall sein. Er nahm Homer skeptisch unter die Lupe, musste aber anerkennen, dass manche Schriftsteller eben talentierter sind als andere. Zumal Humes Text eine Reaktion auf die Skeptiker ist. Und Hume bezieht sich in seiner Antwort auf... Auf Don Quichotte. Genau. Zwei Weinverkoster trinken Wein aus dem selben Fass, wobei der eine den Geschmack von Leder, der andere den von Eisen zu schmecken meint. Der Besitzer macht sich über sie lustig und sagt, dass in dem Fass weder Leder noch Eisen seien. Aber als es geleert wird, entdeckt man darin... Einen Schlüssel an einem Lederriemen. Hume will damit sagen, dass der Geschmack zunächst eine Feinheit der Einbildungskraft ist. Mit anderen Worten, der Geschmack ist sowohl ein Gefühl, das wir in uns selbst finden, als auch ein Urteil, das wir über die Dinge fällen. Und deshalb müssen wir ihn erst herausbilden. Wir müssen uns den Geschmack erarbeiten. Eine Feinheit, eine Sensibilität entwickeln, um ihn auf den Grund gehen zu können. Genau. Zwei Männer werden in ein Dorf bestellt, weil sie als große Weinkenner gelten. Als sie den Wein verkosten, nimmt der eine den Geschmack von Eisen, der andere den Geschmack von Leder wahr. Sie werden ausgelacht. Aber am Ende findet man in dem Fass einen Schlüssel an einem Lederriemen. Das ist wirklich bemerkenswert, denn das bedeutet, nur wenn man sich selbst kennt, ist man fähig, den Dingen auf den Grund zu gehen. Schon Hume wusste, dass ein fein ausgebildeter Gaumen mehr zu schmecken vermag, als wenn er durch eine Erkältung beeinträchtigt ist. Damit bestätigt Hume, was dieses Foto zeigt. Wir sehen Duchemin in Brust oder Keule, verkörpert von Louis de Fulis. Er spielt einen Restaurantkritiker, der seinen Geschmackssinn verliert. Er hat aber so gute Augen, dass er in der Lage ist, den Wein nach seinem Aussehen zu bestimmen. Und zwar ohne einen Schluck zu trinken. Ist das nicht Geschmack in höchster Vollendung? Da wären wir, sozusagen in Fortsetzung von Humes Gedanken, bei der Idee des institutionalisierten Geschmacks, der durch sogenannte Experten verkörpert wird. Duchemin verkostet also den Wein. Es geht ja hier um Wein, genau wie bei Hume. Aber vor der eigentlichen Verkostung, auf dem Gaumen, kommt das Sehen ins Spiel. Er bestimmt mit bloßem Auge die Weinsorte, etwa anhand der farblichen Nuancen. Aber neben dem Sehen und Schmecken geht es in dem Film doch ganz allgemein darum, welchen Anteil unsere Sinne an dem haben, was wir Geschmack nennen. Er ist, wie gesagt, eine höchst subjektive Erfahrung. Das Universelle daran ist vielleicht, dass sie bei jedem Menschen alle fünf Sinne beansprucht, oder zumindest zwei oder drei. Hier geht es also um Fähigkeiten, die im Grunde jeder Mensch besitzt. Nur dass er hier sie besonders verfeinert hat. Ja, genau das sagt Hume auch, nämlich, dass die Feinheit... Das nennt er Feinheit. ...dass die Feinheit in gewisser Weise die hohe Schule des Geschmacks ist. Wenn wir das auf unsere heutige Konsumkultur beziehen, müssen wir feststellen, dass es nicht darum geht, Geschmack zu kultivieren, sondern darum, Geschmack, losgelöst von aller Kultur, unmittelbar und schnellstmöglich zu erzeugen. Tatsächlich werden in Geschmacksfragen normalerweise alle Sinne angesprochen, was aber hier natürlich nicht funktioniert, da Duchemin ja nur noch das Sehen bleibt. In ihren Büchern schreiben sie über die Kunst des Essens, wobei sie keine strikte Trennung à la Molière zwischen den zwei Ideen Leben, um zu essen und Essen, um zu leben, machen. Ist es ihr Anliegen, den Menschen den Geschmack wieder schmackhaft zu machen? Und den Menschen damit wieder zu dem zu machen, wer er sein könnte? Sie stellen ja nicht den Wert des Teilens, der Geselligkeit, des gemeinsamen Vergnügens voran, sondern rufen vielmehr dazu auf, die Fähigkeit wieder zu erlangen, feine Geschmacksnuancen klar voneinander unterscheiden zu können. Ja, und das setzt voraus, dass wir zu einer Vorstellung von Geschmack zurückkehren, die nicht so metaphorisch aufgeladen ist. Dies begann im 17. Jahrhundert mit Balthasar Gracian. Ab dem 17. Jahrhundert. Zu jener Zeit wurde der Begriff Geschmack vieldimensional und bedeutungsschwanger. Wurde er in Rituale eingebunden? Genau, damals entstand die Idee des guten Geschmacks. Der Geschmack wurde später zum ästhetischen Urteil. Interessant ist, dass sich Kant in seiner Anthropologie darüber wundert, wie sehr sich der ästhetische Geschmack auf den kulinarischen auswirken kann. Das kann sogar so weit gehen, dass der kulinarische Geschmack als etwas extrem Primitives angesehen wird. Aber erst wenn man einen Blick in Diderot's und D'Alembert's berühmte Enzyklopädie wirft, wird klar, dass der Geschmack ein zentraler Aspekt sowohl der Philosophie als auch der Politik ist. Denn hinter dem Geschmack steckt eine gewisse Urteilsfähigkeit. Geschmack zu haben, heißt zu urteilen. Und da sind wir ganz nah dran an der Politik. Und in gewisser Weise wird der Bürger, wenn er urteilt, auch zum Souverän. Mit anderen Worten, wenn der Geschmack von der Nahrungsmittelindustrie, ja sogar von der gastronomischen Kochkunst verdrängt wird, die bei weitem nicht so viel für den Geschmack getan hat, wie man annimmt, weil einfach zu viele Gemeinplätze und vorgefertigte Meinungen zirkulieren. Welcher Wein denn nun der Beste ist, solche Dinge? Die Presse und die Medien, das Schlusswort, machen es uns im Grunde immer schwerer, den Geschmack als Urteil zu praktizieren. Dabei ist genau das so wichtig, um einen Sinn für Kritik zu entwickeln, der uns erst zu mündigen Bürgern macht. Wie können wir die Hoheit über unseren Geschmack zurückerobern? Zunächst einmal ist es wichtig, vernachlässigte Fähigkeiten wiederzubeleben. Allen voran den Geruchssinn, der den Geschmack maßgeblich beeinflusst. Außerdem wird der Geschmack von der Konsistenz und Temperatur des Essens bestimmt. Was der Mund vermag, reicht über das reine Schmecken weit hinaus. Lecken, befeuchten, benetzen, aufnehmen, kauen, teilen, zerstückeln, zerbeißen, zermalmen, zerreiben, hinunterschlucken. Mit diesen schönen Worten von Ihnen wollen wir enden, Olivier Assouli. Kommen Sie. Danke. Gehen wir essen. Vielen Dank. Vielen Dank.